Schönen guten Tag, wir sind hier gerade vor Ort auf dem Schulgelände der Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung. Hier ist heute ein Aktionstag, der heißt Schule zeigt dich. Und ich stehe hier gerade neben Herrn Kasprik. Herr Kasprik, hinter mir ist ein gelbes Auto aufgebaut, ohne Räder und da steht Überschlag-Simulator drauf. Was macht ihr hier? Ja, also wir präsentieren hier den Überschlag, wo man nach einem Unfall halt mal feststellen kann, wie sie eigentlich die Wirkungskräfte sind. Wenn man sich so mehrmals hintereinander wegdreht, es wird in einer langsamen Form simuliert. Das heißt also, es kann eigentlich niemandem was passieren. Nicht wie im wirklichen Leben. Es soll wirklich nur simulieren. Also braucht ihr keine Angst haben, dass er irgendwie verletzt wird. Dann werden wir das jetzt mal ausprobieren. Alexander hat sich dafür zur Verfügung gestellt, dass er mal in diesen Überschlag-Simulator reingeht. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.